Musik Eine Mischung aus Bauarbeiter und Chirurg. Der beste Rat meiner Mutter. Geht nicht, gibt's nicht. Ich habe unterschätzte Talente als... Handwerker. Meine heimliche Schwäche. Nougat und Marzipan. Mein Vorbild als Medienmacher. Giovanni Di Lorenzo. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Er war ein harter Hund.